kommt zurück zu dead by daylight mit dem rené hallo wieder im gas himmel aus dem auto und ja wer ist denn unser killerino oben unten nein ich brauche keine so groß hier ich glaube ich habe ihn gesehen aber nur eine silhouette ist sie du hätte bist du das da an der kiste ja ja er ist eine grüne karte wieder feind mehr und frau mann und blau warst bube es war so klar er ist hinter mir herr in dem ist doch so ein locker michael als monoscheiß nachher stock mich weiter wenn ich brauche hilfe einer abnehmen dass uns beides stalkt oder was ja was soll ich machen gegen den abhauen ich heile mich was hin los ja denn er ist ich bin auch an dem generator fast die hälfte sehr schön jetzt hat die den wieder zu mir gelockt ne was ist denn mit den leuten was haben die denn alle gegen mich dabei hast du doch nicht mehr so ein twitch namen ja richtig er ist erst erst hier bei mir ohne scheiß ne ich spiele ich bin zukunft alleine 1 gegen 1 gegen den killer da habe ich mehr chancen ja hier ist direkt ein haken hängt mich hin oh mann oder auch nicht was tust du michael wo bringt es mich hin oh fuck warte mal schnell ich bin mal kurz rfk leider ja ok der renner hat mich im stich gelassen die anderen werden mir wahrscheinlich auch nicht helfen da so oder sonst hätte ich echt ein Problem gehabt Ja, ich habe hier ein Problem Nein, ich meine, ich hätte noch ein größeres Problem gehabt Oh nein, Michael Ja, erzähle ich dir nachher Hat er dir hier geholfen? Ja, ne? Ja Okay Ich kann es ja kaum glauben, ich lebe noch Das war die, die für mein Tod fast verantwortlich war Boah, erinnere Ich sage gleich meiner Alexa Die soll ein bisschen Heavy Metal abspielen Das sage ich dir Okay Okay Ich schaue jetzt mit Generators aus Hör ich hier ein? Ach, der läuft schon Ha Ach, da vorne ist der Michael Ah, der drätzt gerade eine Die hätte ich fast noch gehealt Dann hat er daneben gehauen Und hat sie nicht erwischt Also ich bin an einem dran Viertel fertig Er hat gerade in meine Richtung geguckt Ich weiß nicht, wo er ist Oh, fuck Generator verkackt Und er kommt zu mir Ja, ich sehe es Ja, genau Und er wird Level 3 Oh Gott Oh ja, genau Ich drehe durch Das gibt's nicht Der Keller Oh Mann, ey Hier ist ein Keller Ja, genau Hier ist auch noch ein Keller Fick dich Okay, das ist jetzt bitte Keller ist halt Ja, du musst eigentlich warten Bis seine Stufe 3 runter ist Ja, das Problem ist auch Selbst wenn du Also Auch bei normaler Stufe Ist der bitter Bist du allein unterwegs, oder? Inwiefern allein? Ja, weil die Die anderen zwei sind zusammen Mach den Generator Ja, ich bin alleine Ich hab immer noch Heartbeat hier Ja, ich sehen Er kommt wieder zurück Was hab ich denn kurz verloren? Okay, die anderen beiden kommen auch Wenn die anderen beiden kommen Dann hab ich eine gute Chance Ja, wenn sie kommen Ja, bloß langsam wird's Bisschen dünn Ich René, ich halt dich direkt Okay Damit einer einen Hit abfangen kann Geht, der hat da oben jemanden? Ja, ich bin weg Das bringt sie in den Keller Boah, nochmal Keller Ja, wenn ich ganz ehrlich bin Kein Bock drauf, ne? Ja, hätte ich auch nicht An deiner Stelle Boah Keller ist halt Mach mal den Generator hier Er guckt in meine Richtung Er kommt Er kommt zu mir Wo ist sie? Kann ich nicht Der ist Ich hol sie Ah, okay Ich komm nicht dazu Den Generator zu machen Weil er immer hingeht Oh, wie ihr euch beide hittet René verschwindet von dem Haus Ja, ich bin weg Jetzt kommt er wieder hoch zu mir Braucht eine andere Taktik What? Also mich hat er nicht gesehen Mich auch nicht Wir müssten halt jetzt Oh, fuck Ja, ich habe hier noch einen Aber der ist so risky Auch an dem scheiß Keller Ich glaube, ich lasse das mal Ich suche euch Komm dann der jetzt her Bist du da, wo die ist? Ja Ist da noch ein Generator? Nein Ah, Michael Ja, genau Lecks unter, ich bin tot Mach einen Generator Wenn du einen findest Ja Du musst leben Scheiß Ah, da ist ein Haken Fick dich Und tschüss Kommt er jetzt wieder zu mir? Der Entitus empfängt mich Ich überlege gerade echt Luke oder Äh, ist sie alleine? Ja Die krabbeln in deine Richtung Ja, genau Das macht mir Angst Ist noch nicht erholt Erhol dich halt, Mädel Ich werde den Nicht anwachen, den Generator Jetzt erholt sie Ja, aber jetzt Krabbel sie wieder weiter Die kommt zu dir Also du kannst sie erst holen Wo ist Michael? Oh, Kluke, hallo Mitten in der Prärie, ey Ich seh dich ganz genau, Michael Er ist der, er dich auch wahrscheinlich Oh, ne, da mal Er hat die Luke gesehen Und den Generator, der fast fertig ist Warum läufst du da jetzt so nah hin? Weil ich den Generator will Ja, der steht da immer noch Rechts weg Kurz warten Guck, wo die Ausgänge sind Der andere, wo ist der andere Ausgang? Er wird mit sicher zu dem rechts gehen Ich bin ehrlich gesagt Geneigt dazu zu warten Genau deshalb Das Problem ist eher Die Luke auch gesehen, ne? Ein richtiger Anti-Made Ja, aber der braucht auf jeden Fall noch einen Hit Stirbt die direkt, wenn sie am Haken hängt? Bin mir nicht sicher Bin mir nicht sicher Wo waren die Luke? Äh, links Ne, die hing noch gar nicht Wird aber nicht so nah da Hocken bleiben Doch, genau das erwartet er doch nicht Er, er bekämmt sie Oh, nicht so weit Boah Oh Gott Ja, der hat das Ding nicht drin Alles auf die Krähen Äh, Mädel Ich kann dich da nicht rausholen Der kreisende Scheißhaus Keine Chance Glaubt ihr, ich bin hier? Ich glaub ja Der war da links Ah ja Ich hab Zeit, Kollege Ich muss eigentlich dreistern in den Ausgang aufmachen Ne, ich glaub, das schaff's not Oh, wie die Krähe da über dir kreist Dass der das nicht sieht Oh, ab, du Misti Alter Räck die mal auf Okay Alter, die Krähen Das ist so obvious Nee, 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 nee Das dauert zu lang Scheiße Das dauert Das kann nicht sein Hä? Was? Du hast doch die Punkte dafür bekommen Ich hab die Punkte gekriegt Nee Oh Mann Boah, was war denn da los? Die hat auch so lange gebraucht Bis sie aufgeht Das ist scheiße Ja, das ist aber normal, du Ja Ah Ich bin schon reingehübt Und da hat er Du hast die Punkte schon bekommen Und alles Alter, was ne Runde, ey Boah Oh Mann Schade Mann, schade Moment, nochmal Die Punkte und die Perks angucken Und, alter 22.000 Punkte hat er gemacht Und damit Vielen Dank fürs Zusehen Hau rein Und bis zur nächsten Folge Ciao Tschüss 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 Vielen Dank.